So Leute, herzlich Willkommen zu einem ganz kurzen Video aufgrund von noch ein paar technischen Sachen. Und zwar möchte ich mit euch heute hier in ein neues Spiel starten. Und zwar ist es Stranded Deep und wir machen mal das Ganze ein bisschen leiser. Und zwar ist es darum, dass wir überleben müssen. Und wie das alles so funktioniert, keine Ahnung, bereits vorhanden. Einzelspieler, Schwierigkeits, machen wir mal normal. Wildtiere, passiv entfernt. Es werden keine Haie erscheinen. Erstmal, wobei, ja, Wildtiere werden wieder und sie angreifen. Okay, permanent Tod ist aus und wir starten. Seid gespannt. Ich weiß es selber nicht, wie es wird, ja. Ich habe da schon mal ein paar andere Tutorials und so weiter. Also Charis Let's Plays gesehen. Und ja, wir schauen mal, wie das Spiel euch gefällt, wie es mir gefällt. Und es geht los. Sitze in deinem Flugzeug. Oh, 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 oh. Oh, der Hilfe! Oh mein Gott, was passiert da? Oh, ich möchte nie. Scheiße, Mann. Nein, der Stützer! Hilfe! Au. Aua, wir sind tot. Bisschen gestorben. Oder doch nicht. Doch nicht, wir müssen hier raus. Schnell. Wir brauchen das Rettungsboot. Wir brauchen das Rettungsboot. Wir brauchen das Rettungsboot. Nein. Nein. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, das Rettungsboot zu erreichen. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Was passiert jetzt? Tag 1? Erster Tag? Tatsächlich, wir sind auf dem Rettungsboot. Meeresanker. Flusslager. Wir haben hier Rationen, Bandage, Kompass. Okay. Drücke E um das Paddel aufzunehmen. Wo ist das Paddel? Wo ist das Paddel? Und benutze das Paddel. Ja. Wie denn? Wie denn, Leute? Okay, jetzt geht's los. Oh, da war ein Hai. Okay. Habt ihr es gesehen? Toden schon die Haie rum hier. Oh, oh. Oh, oh, Leute. Okay, wir gelangen mal zum Strand. Und dann schauen wir uns mal, wie das Spiel einfach auf uns wirkt. was das auf uns zukommt, etc. Okay. Wir. Gehen wir hier rauf. Warte mal, wir müssen noch hier, ähm. Warte mal, wir müssen, wir müssen noch den Anker. Okay. Okay, wir müssen noch mal zurück. Weil es ist anscheinend zu tief, aber eigentlich brauchen wir das ja nicht. Okay. Ne, wir müssen das schon ankern. Wir müssen das schon befestigen, sonst haben wir ja nichts mehr. Ne, das brauchen wir nicht mehr. Okay, müssen wir mit der Steuerung noch ein bisschen zurecht kommen. Haken. Okay. Ach so. Ah, man muss halt, man muss halt irgendwie lesen können. Ja, also wir nehmen das Floß hier. Ähm. Und wir paddeln aber in die andere Richtung. Wir müssen hier wieder zurück auf den Strand. Hier unten gibt es noch so einen Drack. Und dann ziehen wir das ans Land. Oder schauen wir, was da passiert, gell? Aber es ist jetzt spannend, wirklich. Es ist echt spannend, was da passiert. Wir müssen überleben. Wir müssen überleben. Wir müssen überleben. Ich glaub, wir schaffen das zu überleben. Okay. Aber wie? Okay. Wir packen das hier hin. Und wir haben das an Land gezogen. Wir machen. Wir hüpfen jetzt mal rein. Wir legen das Paddel ab. Nein. Das Paddel ablegen hier. Nein. Das Paddel ablegen, Leute. Okay. Okay. Perfekt. Okay. So. Jetzt schauen wir uns da ein bisschen um. Und zwar sammeln Ressourcen, die auf den ganzen Inseln zu finden sind. Also. Setz dich in Empfang. Pflanze. Ab. Ähm. Ja, Leute. Ähm. Wenn ihr mir mal sagt, wie man hier, ähm, Eingabe, wie man, ähm, wie man das einfach hier nimmt. Also. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wir müssen das hier. Hier sind die, um aufzunehmen. Okay. Ähm. Wir schauen mal, was du noch für Ressourcen findest. Hier sind die Steine. Okay. Wir gehen mal hier hin. Dann. Drücken wir auf Tab. Okay. Drücke C auf das Herstellungsmenü. Das Herstellungsmenü. Und dann. Stelle mithilfe des Herstellungsmenü ein Steinwerkzeug her. Und so ein Steinwerkzeug brauchst du. Dann brauchen wir einen Stein. Also suchen wir jetzt hier uns noch einen Stein. Wo liegt denn hier noch ein Stein rum? Da liegt der Stein. Ja. So. Dann machen wir uns hier ein Steinwerkzeug. Das wir haben. Markiere im Herstellungsmenü die Anleitung für das verfeinerte Messer. Okay. Okay. Markiere im Herstellungsmenü. Anzeige, Hölzer. Nein. Das brauchen wir nicht. Äh. Verfeinerte Messer. Wo ist denn das verfeinerte Messer? Äh. Da liegt die Container. Holstuhl. Holzregal. Okay. Verfeinerte Messer. Hier. Okay. Ähm. Genau. Wir lassen mal das Holzwerkzeug da stehen. Stelle ein verfeinertes Messer her. Okay, Leute. Das verfeinerte Messer, das stellen wir dann in der nächsten Folge her. Weil. Wir machen nur so 10 Minuten Videos. Und genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Lasst ein Follow da. Etc. Und wir starten gleich in die nächste Folge. Ähm. um ein verfeinertes Messer zu machen. Bis dahin. Ciao.